Der nimmt den nicht zurück! Ey, wir haben sie! Screenshot, Screenshot, Screenshot gemacht, 1893. Wild! Geil, Mann, ey, sieht so geil aus, ohne Witz. Schubuschlei trippelt einfach mal durch. Absolus Tova, Boho und Müller hatten. Junge, Junge, Absolus Tova, Boho und er hat ihn. Orban kretscht noch rein. Ja, Leipzig, die können halt schon kicken, ne? Wir schwimmen da teilweise schon leicht in der Defensive. Für die, die es interessiert, für Freiburg nächste Woche, ich sitze in 34 D. Oh, schöne Flanke, Al-Ghadoui, was machst du denn? Oh, was war denn das für ein koordinativer Bullshit von Al-Ghadoui? Wirklich schöne Flanke, Massimo. Wirklich schöne Flanke, Massimo. Und der will ihn irgendwie mit rechts irgendwie reinlegen. Wenn er irgendwie besser zum Ball steht, dann ist er da wirklich auf 5 Meter frei vom Tor. Das war ein dickes Ding, Mann. Schade. Ja, Silva, aber wir kriegen es wieder. Alle zusammen verteidigt. Schlechter Ball. Abschluss! Ja, Schubboschlei hebt einen rein. Fernschuss in die lange Ecke. Unhaltbar. Was für eine Bude. Und ist auch wirklich, wie es der Kommentator auch sagt, es ist leider tatsächlich überfällig. Es ist leider tatsächlich überfällig. Auch der Ball wieder. Du hast es eigentlich im Kollektiv verteidigt bekommen bis zu Silva. Hast du eigentlich verteidigt bekommen den Bullshit. Und dann ist der nächste Ball ein absoluter Fehlpass. Ihm in die Füße rein und er haut ihn halt rein. So, zweite Halbzeit. Let's go. Eine Tabelle, weiß ich, ist die aktualisiert oder bleibt die so? Ja, okay, jetzt ist es aktuell jetzt immer Dritter. Aua. Ah, nein, 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 nein. Forstberg und 2 zu 0. So, muss natürlich nicht rein starten. Das muss natürlich nicht sein. Vom Anstoß ab. 16 Sekunden. Spielen die hier den absoluten Anstoß-Clitch mit uns. Kombinieren sich natürlich, also die kombinieren sich natürlich auch unsagbar geil dadurch. So ist es nicht, aber als ich es selber spielen gesehen habe, ist es ganz klar GOMIS. Also komplett abschießen lassen muss es halt dann trotzdem auch nicht sein. Also komplett abschießen lassen muss dann trotzdem wirklich nicht sein. Freistoß von Schubberschlei. Keiner ist mehr dran. Grad Ausstrahl, halb hoch, eklig für alle, weil keiner kann gescheit einschätzen und er fliegt hinten in die Ecke. Und wieder Leipzig im Angriff. Na, Kämpf, Handspiel wird reklamiert. Oh, jetzt gibt es einen Handelfmeter. Mann, muss das jetzt sein? Nein, Bullshit. Zurück nehmen, Alter. Aber sofort zurück nehmen. Bruder, nimm den Elfer zurück. Hallo? Hallo? Der nimmt den nicht zurück. Willst du mich verarschen, Alter? Ah, junger Vater, ey. Ist das lächerlich. Jetzt kriegt André Silva noch sein Tor geschenkt durch sowas. Ey. Ja, 4-0. Digga, aus zwei Metern. Aus zwei Metern. Kämpf steht so da, aus zwei Metern hier an die Rippe quasi, so hier außen. Und prallt hier an die Hand. Und der pfeift den. Wir haben den VAR und den pfeift den. Ich hab so keinen Bock mehr auf die Scheiße. Meinem Ende sagt, jetzt macht es den Kohl auch nicht mehr fett. Das ist halt nur genau das, was ich vorhin gesagt hab. Jetzt hast du 5-1 gewonnen gegen Fürth. Und kriegst die Woche drauf 4 in Leipzig. Und es bleibt ein wichtiges 6-Punkte-Spiel. Es bleibt wichtig, dass du Fürth geschlagen hast. Im direkten Duell um den Klassenerhalt. Aber das Torverhältnis hast du dir komplett gefickt. Konter-Sieg. Ja, fröhlich. Schön, aber 4-0 in Leipzig. Du kannst verlieren in Leipzig. 100 Prozent. Da sehe ich null Problem. Aber vier Hütten. Ja, Mokele köpft. Kalajcic bleibt auf dem Boden liegen. Fasst sich an den Arm. Oh Mann, ey. Der liegt wirklich da mit dem Arm. Es tut ihm weh. Ach Mann, ey. Der ist nach Corona wieder da. Jetzt liegt der verletzt auf dem Boden, der Kalajcic. Was war denn da jetzt? Irgendwas am Arm. Da ist Abpfiff. Ah, das wäre so typisch. Jetzt ist der mal wieder 10 Minuten auf dem Platz. Das ist oben am... Das ist Oberarm. Oh, Dicker. Muss er auf die... Muss er auf die Trage? Er muss auf die Trage. Ach, Jungs. Ich habe keinen Bock mehr mit den Verletzungen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr mit den Verletzungen. Vielen Dank.